so willkommen bei malida und zu einer weiteren runde lethal company wieder mit dabei stone hemi pommes und mamba und wir gehen jetzt wir haben ja genug geld gespart nach arti fitze ich habe einfach ganz viele flash die kommen aber relativ schnell ich habe ja hier so wie viel prime abonniert deswegen ich habe noch der flash auch regel das hier ja das ist aber nicht mit kalkuliert haben roboter wo kommen wir hier und die hier hast du überhaupt eine taschenlampe stopp da hinten kommen sie oh ich bin hier ich bin hier nein 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 oh gott fast gestorben ich dachte die pros waren im angebot nein die normalos ich habe zwei ich habe auch drei dabei hat überhaupt noch jemanden walkie hat keiner du kommst du sagst aber wenn man nichts drehen dann kann man so schön rennen so bommes ich bin da ich habe auch schon teil schläpp das nur noch tiefer sei ich auch bescheuert ja kann auch hier ist auch hier sind eine falle mit auslöser auch gott ist da hinten auch da ist auch so eine falle ja löse ich aber ich löse sie noch nicht aus wenn man das hat hier für ein lila teil ist das mega blub blub da vor ich weiß nicht ich weiß nicht weil ich sehe ich sehe irgendwas wo war denn jetzt da ist der teuer ich habe ich bin nur voll schon weiß einer wo der ausgang ist ja hier hinten wieder hier zu mir das ist ja ich habe mich schon verlaufen und dann sind wir irgendwo hier und dann hier links hä wir sind doch nicht hier gekommen gehen wir jetzt gerade zum mail oder wo gehen wir hin hier ist der flop eigentlich eigentlich war ich ja der ausgang wir sind doch hier reingegangen hier so rein das heißt hier muss doch irgendwo unser ausgang sein da hinten ist auch eine tür auf tür auf warte mal ich habe auch sein glas ja hier ist auch der ausgang so also ich habe jetzt schon dann bringe ich das schon mal weg ja okay also du bringst schon mal was weg ja ich bezweifle dass dazu geht es wo seid ihr macht ihr ja guck du mal die puppe an blub und puppe da habt ihr hier alles das ganz viel geiler nun schützt ohne kasse ich bin zu schwer viel zu schwer aber das sind bienen drin im lager wo alles ich kann ja gar nicht rennen ich hoffe nur dass diese robots jetzt nicht loslegen was ist denn das hier so eine art lazeretthalle oder was wer hat ein tor geschossen das gibt es nicht das steht beim für Schüler Okay, ich komme jetzt. Okay, ich komme jetzt mal. Oh dear. Oh dear. Oh dear. Oh dear. Scheiße. Ich kann mich nicht schmecken. Ich kann mich nicht schmecken. Ich kann mich nicht schmecken. Noch zu. Scheiße. Alter, ey. Scheiße. Die anderen sind tot. Alle? Ich glaube, ja. Ich glaube. Also, bei Lilly und Steffen bin ich mir sicher. Die Stone jetzt nur nicht. Boah, ey. Ich sah mal hinterm Baum. Warum? Ja. Ich hab das gesehen. Ey, da war der Giant. Ich kam nicht weg. Dann der Roboter hat angefangen. Dann kam noch so ein Boonhawk. Auf den hat dann der Roboter geschossen. Ey, das ist doch Hölle, Mann. Ich hab die ganze Zeit darauf gewartet, dass der Roboter auf den Giant schießt. Warum macht er das nicht? Ja, auf irgendwen hat der vorhin geschossen. Ich weiß nicht, ob der Boonhawk da unten war oder was? Nee, der hat auf den Giant geschossen. Aber der Giant ist nach unten gefallen und dann konnte er weiterleben. Okay. Boah, ey. Ja! Fünf! Ja, Entschuldigung, was? Fünf was? Fünf einsam. Oh, jetzt müssen wir durch Stormy. Ich bin da gestorben, wo du... Du wolltest ja auch durch den Zaun, ne? Und da bin ich schon... Ich bin schon gar nicht reingekommen in die Facility. Oh, geil. Echt jetzt? Wegen dem Treibstand? Oh, Scheiße. Ja, wegen dem Treibstand. Der war so nah beieinander. Ja. Ja. Ich nehm aber jetzt einmal doch ein Walkie mit dann. Einer... Ja, das ist toll. Ich hab eben versucht mit irgendeinem zu sprechen, aber das hat keiner gehört. Ja, wir hatten keiner... Keiner hatte Walkie mit. Ich war eh draufgegangen. Toi, Hämmer. So. Denk dran, Stormy. Ach du Scheiße. Ja. Let's gooo. Let's gooo. Let's gooo. Let's gooo. S plus plus. S plus plus. Das können wir nicht überleben. Echt? Ja, nur die Profis wie Pommes und ich? Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das. Ja, ihr beide schafft das. Ja. Ihr müsst, hast du hier... Jetzt. Ähm... Ist hier irgendeine Tür? Hey, hier unten? Ach doch, da bist du reingegangen. Okay, alles klar. Du bist rechts. Dann geh ich mal hier. Ich hör euch. Komm, ich brauche eine Goldbarren oder so. Sackgasse. Warte mal. Seid ihr noch hier? Seid ihr noch am Leben? Ja. Also, ich sollte meinen Walkie vielleicht mal machen. Okay. Ich hab jetzt Walkie an. Sehr schön. Ja, bring erst mal runter, dann schnippst du doch nicht oder so. Ja. Also, hier geht's... Hier geht's noch runter. Ja? Ich hör, glaub ich, einen Butler. Ja. Okay. Hier seh ich auch irgendwelche Fußspuren. Hier war es hinterher langgelaufen. Ach, hier geht's da rein. Also, Hemi. Hemi! Okay. Ja. Achso, du bist noch mal im Leben. Ja. Ha, ha, ha. 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 Unerwartet. Ist aber geil. Der Butler, ne? Ja, ja. Das finde ich super Mod. Scheiße. Ne, der Butler ist ja gar keine Mod. Den hat er ja so reingebracht. Als wenn er sein Messer zücken will. Das finde ich sehr gut. Was hast du denn? Ja, hä... 3 Bommels? What are you? Ich weiß aber nicht, wo wir hier leben. Hier, noch Kasse. Nice. Hier ist auch noch ein Ring. Sonst, ich bring das schon weg. Kannst du auch noch ein Ring tragen? Ich habe es selber schon... Ich bin voll! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Bleib chill, fella. Bleib chill, brother, bleib chill. es rennt nicht weg weil ich bin so schwer ach so wegen dem da ne weißt du noch wo der ausgang ist für dich ja nicht da ich glaube auch nicht eben gerade habe ich noch gewusst und dann kam er hier ist noch noch so ein ding das bin ich nicht gekommen bist du noch vorher ausgang wir sind eine treppe hoch in die treppe da wo er ist glaube ich irgendwo brennt man nicht so schnell weg sonst bringt er mich um stopp wartet ich bin nicht so schnell warum ist mein taschenlappel leer oder wo bist du denn er ist in starland gegangen wir müssen irgendwo eine treppe nach oben ja da ist nicht ja dann kannst du doch nur da sein wo wir gerade hingegangen sind das ist doch dass wir alle drei vergessen haben wo wir lang müssen ja da hinten war es nicht nur das muss hier hinten irgendwo gewesen sein ich glaube hier lang hier hier kommen hier kommen hier sind wir mal hier sind ja regale was die kasse fallen ich habe die treppe ich habe die treppe ich habe die treppe ist poms tot das gibt es nicht ja ja ich auch so dann tschüssikowski ach das sind mimics geworden oder was teilweise die werden ja scheinbar durch ihn gezerrt noch von irgendwelchen dingern ja 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 los geht's fall aus so ich dachte du hast eben schon gezogen der roboter kommt die schutzschutzung von ihrem reich scheiße war das wird so lange gebraucht haben für die treppe sonst das werden wir noch raus sie ja das holt alle bedenken immer noch länger kann auch fliegen ja aber wenn wir schon im wegflug sind ich glaube das relativ ja das war nicht so toll oh man wir haben zu lange gebraucht für den ausgang wieder zurückfinden ja ja ich konnte euch ja jetzt leider nicht leiden weil ihr wart relativ näher von dem ausgang ja hattest du woky weil ich hatte ja ja okay wir müssen ja jetzt haben wir nur noch diese eine ne ja zwei ne das kannst du dann mitnehmen ne warte 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 ja wieso haben wir noch zwei walkies oder was Ja, da sind zwei. Sind schon alle Taschenlampen weg? Ja, ne? Wir müssen jetzt mit Pillotaschenlammen arbeiten. Tja. Go, 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 go. Oh. Äh, vorhin lag hier noch eine, zwei. Oh, nein. Ja, Mann, da. Mann, da. Was? Was? Verdammt, ey. Sei egal. Ich weiß auch nicht. Irgendwas klappert hier. Was ist das? Ja, ich hab' egal gesagt. Aber wie? Egal. Ich hab' das ganz gut schon gehört. Egal. Ach, müde kommt doof, weiß ich nicht. Oh, nice, nice. Immerhin das bekannte Modell hier. Ich lass' mal hier liegen, ne? Hilf' auch, Dein Gang. Wir haben eine Kasse, Babes. Okay, hier sind schon zwei Loot-Dinger. Oh, ich kann schon alles wegbringen. Ja, dann mach' schon mal. Die Kasse. Wer will meine Taschenlampen? Ja, ich kann... Ja, ne, in der Linken kann ich das Promesse hier nehmen. Mir ist das egal. Ich bin auch schon voll Loot. Ich kann auch was mitnehmen. Stone? 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 Wo geht's denn hier überhaupt noch lang, Leute? Sind alle weg. Stone? Soll ich den Apparatus schon mitnehmen? Wieso Apparatus ist er denn hier? Ja. Warte, ich hab' noch kein Taschenlampen. Wo bist du, Pommes? Hier, wo bist du da? Wo können wir denn überhaupt noch lang gehen? Also, äh... Er legt noch eine Maske. Na, geradeaus ist nur noch der Apparatus. Er legt noch eine Maske hier, ne? Einfach die Gartenfolge, du kommst hier in den Raum. Da legt noch eine Maske. Hm, achso. Und ein Hairdryer. Also, ich seh' hier keine Maske. Doch, ja. Aber ist das jetzt schon wieder alles gewesen? Also, ich hab' jetzt Maske und noch einen, äh, Hairdryer, ne? Weiß ich nicht, aber da sind ja nur Gang... Ich weiß nicht genau... Ja, pass auf, hier, irgendeiner kann das hier noch wegbringen. Hier sind Hairdryer und Tragedy. Ja, meinst du voll. Du bist auch voll? Ach, du bist voll? Ja. So, ich hab' noch zwei Plätze. Dann lass' ich die erstmal hier liegen. Und dann nehmen wir die gleich mit. Ja, Stong, dann bring du schon mal zurück. Jo. Jo. So, und hier sind nur Gänge, sagst du? Hm. Und Nebel hier hinten. Boah, scheiße. Guck mal. Hier ist, glaub ich, Sarkasse. Ja. Irgendeiner ist hier auch langgelaufen. Ich seh' auf jeden Fall... Boah, hast du... Oh, fuck! Was ist los? Ich bin da, ich bin da, Pommes, ne? Ja, guckst du die Puppe an? Ich guck's auch an, ja. Du kannst zurückkommen. Also, zurückgehen. Weißt du, ich mach' den Nebel aus und zack, ist da die scheiß Puppe. Boah, aber wie lang Glück gehabt, ey. Ja, ich hab' genau in ihre Richtung... Ja, das ist auch leicht und dann nehm' ich das... ...dann nehm' ich das diese Michelle-scheiß-Schraube. So, sonst, warte mal, ich guck's sie an und du kannst ja... Ja. ...eine Taschen abnehmen, vielleicht findest du noch Loot. Ach so. Sag, mich killt jetzt kein Bracken oder so. Ja, warte, dann musst du angucken, ne? Ja, ja. Ich geh' einfach mal weiter. Hm. Oh, ich hab' den großen Raum! Ja, Tragedy ist jetzt nicht so, äh, geil, ne? Ach so, die könnte hier auch... Oh, scheiße. Scheiße. Pommes! 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 Was denn? Lilly macht ne Tür auf und zu, da können wir die Puppe reinschmeißen. Ne, wir müssen jetzt weg, der Jester spielt. Oh mein Gott. Das ist ein Scherz. Jetzt, pass auf, komm du jetzt, renn du jetzt zu mir. Zu mir! Pommes, zu mir! What? Oh Gott, ich seh' nix. Ich seh' auch gar nix. Du guckst zur Puppe, ne? Ja. Pass auf, wir müssen hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Okay, komm jetzt einfach hier hin. Genau. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Der Jester kommt gleich, der Jester kommt gleich, komm. Mach die Tür zu, auch noch die nächste. Wo ist der Ausgang? Jester spielt, der Jester spielt. Giant, rechte Seite. Was heißt rechte Seite? Wollt ihr aus Abnehmer-Sel? Ja. Geil, du kommst. Musst wir links lang, oder was? Oh, der Jester. Ja, wir gehen hier. Lass uns doch den Spezialausgang nehmen. Ja, special way, special way. Oh fuck, dumme Idee, dumme Idee, dumme Idee. Aber ist okay, geht's. Können wir machen. Stone? Ah! Welche Taste? Steuerung. Wie wirklich mich denn hier? STRG, links. Ja, ja, ich hab die Taste nicht gefunden. Oh, hier ist ein Roboter am Start jetzt. Oh fuck, ist auch noch. Wo ist Stone? Da hinten, der ist schon zum... Alter, der hat's geschafft, ey. Ihr könnt auch hinten hochkommen, genau. Das ist der bessere Weg. Sehr schön. Uh. Ich hab gehört, wie du die Tür immer auf und zu gemacht hast, aber ich konnte nichts sehen und Marcel war noch weit weg. Aber hinter dem kam ein roter Punkt und ich dachte nur, oh oh, hoffentlich merkt sie das, ne? Äh, Stone, hast du jetzt noch diese zwei Loot-Sachen rausgeholt, ne? Nee. Ja, vielleicht... Sollte ich kein Steffen ist tot. Ja, ich weiß, ich versuche... Steffen ist tot. Vielleicht noch einmal, ich versuche an... Er hat gerade seine Sachen fallen lassen, bevor er gefressen wurde. Vielleicht hat er das ja jetzt wieder gemacht. Ich weiß ja nicht. Und wo ist er denn gestorben? Wo? Wo? Wo ist er denn gestorben, oder was? Äh, ich weiß. Äh, ich weiß, wo er gestorben ist. Der ist hier draußen. Also Stone und ich versuche nochmal, ne? Am Zaun? Oh, fuck! Ey, scheiße, die haben mich jetzt gesehen. Rennt der jetzt weg, oder? Der hat den Giant gekillt, ne? Der hat beide Giants gekillt. Oh, scheiße! Wo war das jetzt? Wo hat Stone... Ach, meine Taschenabelschut schon wieder leer, ey. Hier war der Fire. Wo hat Stone jetzt... Oder Pommes hat irgendwo was liegen lassen, ne? War das nicht hier? Oh, hier ist doch die Puppe aktiv, oder nicht? Oh, shit. Hat so lange gedauert, ne? Kacke. Aber ganz am Anfang hat es doch Pommes irgendwie so zwei Objekte, weil sie doch noch mitgekommen ist, oder hat sie die doch noch weggebracht? Oh, shit. 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 Ohohoho, scheiße. Ohohoho, scheiße. Hallo, 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 hier bin ich, hier bin ich. Ja, da beschlüsst du mir doch zu, ne? Ja, ja, definitiv. Loot vor Alpha. Loot vor Alpha. Das ist mein Spruch. Ja. Oh, Gott, ey. Oh, gar nicht mal so schlecht, ich meine. Mau. Der Schepper weltwech, du hast 5 Meter für einen Schiff. Fühl die Scheiße, ich muss schon mal auf der Nase weg fliegen. Oh, Mann. Oh, Mann. Loot vor Alpha. Das ist einfach so. Loot vor Alpha. Das, da geh ich voll mit, da geh' ich voll mit. noch ein ständchen für dich ja für den alpha drauf geschissen verkaufen wir wieder alles oder also wenn wir wir machen ja für heute denke ich mal gleich feierabend ja theoretisch haben wir jetzt das nächste auch zu art die vize wollen dann müssen wir quasi wieder alles verkaufen weil wir brauchen ja auch wieder es darf vielleicht nicht verkaufen lass dich mal nicht fressen jetzt ich bin so schwer ich war wieder runter hier oder ist noch eine taschenlampe drunter versteckt bang bang das war jetzt mal vielleicht los emi go shawri hehehe aber hier war sogar eine taschenlampe ja ja habe ich doch gesagt ok hier ist soweit nichts mehr ein walkie sorter also ein bisschen was können wir ja kaufen wir kriegen ja auch ordentlich overhead ja stimmt ich hoffe ich kann noch mehr verkaufen weil sonst reichert nicht ja das war's ne wie das war's wann ist das noch da drauf ich dachte wir haben 1007 ja das war's oder ja warte mal ja da kommt ja jetzt noch ein check jetzt kommt noch ein bätschenschen händischen welches erhält jawohl okay so ist immer dem angebot dann müssen wir zum abrufen es dann überlegt und seit ganzem Angebot Flairgarten um um Leitz selber grünen zum angebot mit kostenlos das ist das ist ziemlich kippie wie dein Finger bewegen muss pro flash auf jeden Fall fünf ok walkie Fünf wie viel overtime kriegen wir okay geben wir erst mal auf nummer save weil wir können ja auf artikel noch mal so wir haben jetzt 1450 aber wir müssten ja over time bekommen ja ich habe aber nicht so viele pro fleisch ja normale fläche habt ihr auch wenn er also die grünen ja okay 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 alles erst mal da drin sucht und ordnung so okay dann haben wir jetzt ich starte noch mal kurz damit wissen wir wie viel oberhalb haben wir schon waren es denn gerade ich weiß jetzt nicht da haben wir nicht so für also okay wir haben over time aber ich allein mein tod hat ja 400 gekostet oder so wie gesagt vielen dank über like abo und kommentare freuen ciao ciao so 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 so